Hallo Welt! Da sind wir wieder auf der Suche nach einer Werkbank. Ja, wir hätten unsere Lampe mitnehmen sollen eventuell. Ja, hier packt ja keiner wieder neue Sachen rein. Da werden wir wohl kaum was finden. Aber irgendwo gab es doch eine Werkbank. Ganz sicher bin ich mir da in irgendeinem Haus. Da haben wir doch noch gesagt, die Häuser, das sind ja keine Häuser, das sind ja nur so Lagerräume oder so. Vielleicht doch in der Post. Oder war das... Ach, das kann aber auch in der Tanke gewesen sein, in der Tankstelle. Die ist ein bisschen weit weg. Wir wollten auch oben mal im Haus gucken, was es da gibt. Oh Gott, da war noch eins oben auf dem Hüttel. Da hat uns doch der Wolf erwischt, letztens. Warum sollte es in der Post eigentlich eine Werkbank geben? Also in der Tankstelle, das kann ich mir vorstellen, dass da mal irgendwie was repariert werden muss oder sowas. Ne, hätte ja sein können, wir haben ja einen Schlüssel gefunden. Hätte ja sein können, dass das doch nicht in der Bank ist, aber es war ein Bankschließfach und kein Postfach. Wir haben schon alles richtig gemacht. Nee, hier waren wir schon. Da oben möchte ich gerne hin, zu dem Haus. Zehn Minuten dauert das Auseinandernehmen hier und es wird Nacht. Ach, das ist doch nichts. Ich hätte den Titel anders genannt. Ich hätte gesagt, die lange Nacht oder irgendwie die ewige Nacht. oder die Nacht ist länger als der Tag hier. Werkbank, 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 Notiz zum Höhlenversteck. Unter einem Felshaufen in einer Höhle beim Funkturm sind Vorräte versteckt. Ich traue niemanden mehr. Der Strom ist erst seit ein paar Tagen weg, aber die Leute verzweifeln schon. Ich werde ein paar Vorräte an unserem besonderen Ort über der Stadt verstecken. Du weißt schon, wo wir immer die Sterne beobachten. Vielleicht brauchen wir sie, bevor Hilfe eintritt. Well, well. Was haben wir hier? Eine Stunde, 200 Kalorien. Egal, ich denke, wir werden sowieso hier übernachten, oder? Uh, schick. Der Kapuzenpullover. Ja, wie, jetzt bleiben wir hier? Wir gehen einmal ums Haus rum. Vielleicht finden wir ja doch noch einen Beil. Kein Beil in Sicht. Hier ist eine Tür. Da ist eine Tür. Das wird kommen in handy. Ach, wenn wir zu den Höhlen gehen, dann brauchen wir ganz klar brauchen wir dann die Öllampe. Die müssen wir dann mitnehmen. Ich werde bald essen müssen. Die müssen wir dann mitnehmen. Die müssen wir dann mitnehmen. Die müssen wir dann mitnehmen. Brett und ich dachte Bett steht da. Na ist schon gut, schon gut. Ich mache ja schon einen Streichholz an. Da hätten wir aber lange suchen können schon wieder. Ich war doch nur da hinten in der Ecke, ich habe mich einmal gedreht. Naja, ich weiß ja nicht. Man dreht sich hier doch in einer anderen Geschwindigkeit. Mhm. Mhm. Ach gut. Da haben wir schon wieder Tageslicht. Essen, Durst haben wir. Nein, nein, den Streichholz brauchen wir nicht mehr, aber die Karte. Ach so, wir können ja sowieso nicht sehen wo wir sind. Okay, wir haben jetzt rausgefunden, dass da oben ein Versteck ist. Wir werden hier sein. Also wir können direkt hier entlang. Laufen nur Gefahr, dass wir von Wölfen überrascht werden. Da könnten wir dann zur Tanke und in der Tanke gibt es leider nichts mehr zu essen. Wie viel haben wir denn noch dabei zu essen? Wir haben, okay, wir haben die Tomatensuppe. Ich glaube Kartons und sowas gibt es da noch. Wir haben ja auch einiges zerrissen. Ich glaube, das sollten wir schaffen. Das müssten wir eigentlich hinbekommen. Zur Tanke. Auf zur Tanke heißt es. Karte. Also wir sind da, dann müssten wir jetzt hier sein. Rechts von uns müsste irgendwie ein See oder sowas kommen. Nur nicht verlaufen. Das ist früher. Ja, solange die Rehe in der Nähe sind. Kümmern sich die Wölfe vielleicht nicht um uns. Hoffe ich. Wünsche ich mir zumindest. Und, sowas gibt es wirklich. Und, sowas gibt es, was wir mit den Schrauben geschehen kann ... Und, sowas gibt es nicht mehr. Hey! Wir müssten eigentlich gleich die Straße sehen. Aha, die Straße ist ein Fluss. Ich verstehe. All I can think about is food. Ach, jetzt hör aber auf. Du hast mehr gegessen als die letzten Wochen zusammen. Dann seh zu, dass du die Tankstelle findest. Echt jetzt? Bauernhof von Paradies Auen. Schlüssel zum Bauernhof von Paradies Auen. Ein Schlüssel zum Bauernhof am Rande von Milton. Ich kann nicht fühlen meine Hände. Na da, jetzt kommen wir doch der Sache näher, oder? Das sind doch so richtig die richtigen, so langsam sind das doch die richtigen Kleidungsstücke jetzt, die wir da finden. Okay, Holz haben wir. Eine Weile übernachten können wir hier schon. Super haben wir. Also einen Tag sollten wir es hier aushalten, wenigstens. Hier scheint aber doch noch sehr viel mehr zu sein als für einen Tag nur. Heißes Bad einlassen. Heißes Bad einlassen. Was war denn das gerade hier? Ach so, ein Brett. Okay, Wasser. Ich kann das benutzen. Bauernhof. Ich denke mal, okay, wir beeilen uns trotzdem, aber ich denke mal, dass wir hier eventuell ein Beil finden könnten. Too much stuff to carry. Ach ehrlich, jetzt schon? Und eine Werkbank auch. Und eine Werkbank auch. Was ist da, wo kam in handy? Hey, haben die hier gar keinen Ofen oder so etwas? Doch, hier ist die Küche. Die haben sogar einen Küchenofen, einen richtigen. Stromrechnung nicht bezahlt! Aha! Das war der Bauernhof, der die ganze Insel mit Strom versorgt. Und jetzt haben sie den Salat. Eine Stromrechnung, die du im Bauernhaus am Rande von Milton gefunden hast. Sehr geehrter Herr Barker, Ihre Zahlungen an die Mainland Power Corp. sind jetzt deutlich verspätet. Ihr Konto soll beträgt 1.256,45 Dollar. Trotz unserer Bemühungen, Sie bezüglich der Klärung dieses Sachverhalts zu kontaktieren, müssen wir Sie mit dieser dritten und letzten Mahnung informieren, dass wir uns leider gezwungen sehen, Ihre Stromversorgung mit sofortiger Wirkung zu trennen. Wir haben ein Wiederbeschaffungsteam beauftragt, Ihre gemietete Solarzelle Typ BK1 zurückzuholen. Sobald Sie Ihren Kontostand ausgeglichen haben, stellen wir Ihre Versorgung gerne wieder her. Bitte beachten Sie, dass alle Zählermessungen durch unparteiische Drohnen durchgeführt werden, die von unserer Überwachungsstation auf der Großer Bärinsel entsendet werden. Auch falls Sie Einspruch gegen die Messung erheben möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Ansprechpartner, den Sie laut unseren Unterlagen in Datenfehlen finden. Mainland Power Corp. ist der führende Anbieter von stromnetzbasierten Diensten in der südlichen Region der Großer Bärinsel. Wir sind stolz auf unseren hervorragenden Kundenservice, der drei Jahre in Folge mit der Moschusgrünen Servicemedaille ausgezeichnet wurde. Falls Sie eine Zahlung leisten oder Ihren Kontostand erfragen möchten, wenden Sie sich bitte jederzeit per Telefon, E-Mail, soziale Medien oder Drohnenpost an den unten angegebenen Kontakt. Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen, Mainland, Mainland Power Corp. Ja, so muss es ja nicht ausgehen. Schokoriegel. Beil, ihr habt doch bestimmt einen Beil hier. So schnell können wir gar nicht suchen. Wir werden einen ganzen Tag brauchen. Hoffentlich finden wir reichlich zu essen, zu trinken. Haben wir es schon gefunden. Wir haben auch noch ein bisschen was bei. Betten wird es hoffentlich oben auch geben. Ich hoffe, dass er das noch mehr braucht. Ach, einen Dosenöffner. Jetzt habe ich gar nicht gelesen, was man damit machen kann. Das ist alles... Kochtopf ist auch gut. Das ist alles ein bisschen... Wir sind doch ein bisschen Erdnussbutter. Wir sind doch ein bisschen abgehetzt, denn... Entweder wir erfrieren, verhungern oder verdursten oder werden von Wölfen gejagt. So, was kann denn so ein Dosenöffner? Jetzt steht leider nichts mehr dabei. Wir haben uns da um den Spaß gebracht. Leider. Ich hätte das Essen gehören. Ja, Zeugs. Also, um hier den Ofen anzuheizen. Um den Ofen anzuheizen, sollten wir genug Zeug haben. Nur, ich frage mich, ob wir das jetzt direkt machen sollten, oder ob wir erstmal in der Scheune nach einer Axt suchen sollten. Hundefutter. Ich kann immer mehr Essen nutzen. Hey, die haben aber richtig Essen zurückgelassen hier. Die sind einfach abgehauen. Die haben sich bestimmt gedacht, ach, kein Strom mehr. Ja, wir hauen ab und fangen woanders von vorne an. Ist einfacher. Aber bei so einer großen Farm... Da hätte ich mir doch eigentlich gedacht, dass die das Geld irgendwie aufbringen können. Die haben hier Stereoanlagen und so Zeugs. Ja, da oben war doch bestimmt mal eine Axt. Ich könnte alles essen. Brauchbares Anzughemd. Ein einfaches Button-Down-Hemd aus Baumwolle. Wie man es in einem langweiligen Bürojob trägt. Gut, dass die Computer anscheinend nicht mehr funktionieren. Das wird in der Hand kommen. Streicherholzer sind gut. Das sieht mir auch nach so einem Gewehr. Teil aus. Gewehrhalter, Gewehrständer, sowas. Und das hier auch irgendwie, als ob da mal ein Fisch gehangen hätte oder sowas. Was haben wir hier? Ja, also, getragene Ski-Jacke. Immerhin eine Winterjacke aus synthetischem Material. Winddicht, aber nicht gut isoliert. Ach, echt? Hätte ich jetzt gar nicht vermutet. All this gear is slowing me down. Ha! Getragene Wanderstiefel. Robuste Wanderstiefel aus Leder. Geeignet für lange Wanderungen auf. Fälzig im Untergrund. Obermaterial Leder. Schwere Gummisäuren. Na, da werden wir also auch noch richtig schwer damit. Ja, so viele Waffenhalter. Ich glaub's gar nicht. Hier war doch bestimmt auch mal eine Waffe dran irgendwann. Ach, einen Schlüssel für die Kiste haben wir also immer noch nicht entdeckt. Da ist ja noch eine verschlossene Kiste, so etwas. Aber, na, wenn's nicht sein soll. Wie sieht's aus mit dem Hunger? Komm, wir essen mal eine Kleinigkeit. Erdnussbutter, äh, Butter. Glaskremige Erdnussbutter. Gute Energiequelle. Zu trinken hätten wir noch. Also vielleicht diese salzigen Cracker erstmal. Wie sieht's hiermit aus? Geschmackloser Schokoriegel. Frisch ist er dann ja nicht mehr. Cracker hinterher. Boah, du hast immer noch Hunger danach. Ah, gut. Wir müssen mehr abends essen, vor dem Schlafen gehen, damit wir nicht erfrieren in der Nacht. Okay, nehmen wir das Handtuch noch mit? Können wir das nicht so einfach mitnehmen? Vier Minuten dauert das? Oh, egal. Nimm's auseinander. Vier Minuten haben wir bestimmt noch. Gut, dass wir so früh aufgebrochen sind. Aber ich habe auch gesehen, dass da in der Ferne noch irgendwo eine Scheune war. Da drüben war ja nichts. Ein Traktor steht dort noch rum. Oh, Moment mal. Krähen? Verdammt. Just like the truck. Nichts hier drin. Hat er uns nicht gesehen? Verdammt. Verdammt. Schlingen. Stelle Fallen auf. Wende deine Energie auf, um Kaninchen zu jagen und mit Steinen zu betäuben. Eine längerfristige Methode sind Schlingen. Halte nach Orten Ausschau, an denen sich viele Kaninchen aufhalten, und lege deine Schlinge in der Nähe aus. Prüfe sie täglich. Mit etwas Glück fängst du eines. Erhöhe deine Chancen, indem du mehrere Schlingen auslegst. Gut gepflegte Fallen versorgen dich dauerhaft mit Nahrung. Sie locken allerdings auch andere Tiere an. Der Wolf ist da vorne. Der macht nichts. Herstellen, herstellen, herstellen. Ach was. Menno. Ich wollte hieraus was herstellen. Aber wo sehe ich denn, wie das hergestellt werden kann? Schlinge. Einfache Schlinge? Ja, gut. Schlinge. Ach so, da brauchen wir wahrscheinlich noch Blaupausen für, um irgendwas herstellen zu können. Eine Fackel, die können wir herstellen. Herstellen. Wie lange dauert? 15 Minuten. Eine einfache Fackel, wie sie seit Jahrtausenden benutzt wird, um die Dunkelheit zu vertreiben. Hält vielleicht sogar Wölfe fern. Vielleicht, naja, ich hoffe es mal. Und gleich noch eine was. Ja, das sollte reichen. Werfen. 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 Die Dunkelheit. Ja. Aaah! Ade! Oh mein Gott! Ja! Oah! und die haben aber hier viel auf natur gesetzt zur energie technik ja es hat sich es hat sich es hat sich gelohnt ich bin glücklich mehr wollte ich doch hier gar nicht das reicht mir eigentlich schon aber das ist ganz schön offen hier der wolf ist abgehauen ja konnte ich ja nicht wissen dass das jetzt ist das ist natürlich ein zufallsfund hier aber trotzdem freue ich mich total hat man gemerkt oder na was haben wir denn für leiden jetzt einen wolfsbiss verstauchte sandgelenk wir brauchen schmerzmittel oder hagebuttentee können wir mit beidem dienen sogar schade mehr mehr hatte die frau nicht dabei wir gehen mal lieber wieder schnell ins haus ich glaube hier übernachten wir auch mal wenn es nicht anders geht damit unser fuß wieder heilt wenigstens das gefällt mir das gefällt mir richtig gut mit dem beil jetzt bin ich froh endlich wieder ein beil da machen wir aber diesmal nicht so ein blödsinn mit ok solange die fackel noch brennt können wir ja das haus ein bisschen genauer durchsuchen oder schließfach der schlüssel hierfür notfallset notiz eine notiz die einem notfallset beilag dieses notfallset wird kostenlos von der great bear earthquake memorial society kurz gb ms bereitgestellt mit unserer gemeinnützigen organisation sind sie für alle zukünftigen notfälle auf großer bär bestens gerüstet treu unsere motto wir vergessen sie nicht ach so lesen brauchen wir nicht aber wir nehmen wir gerne mit ich denke ich kann das benutzen da gab es in oben hier ist noch mal so eine vorratskammer schnell mal reingeguckt ich bin es baseballschläger oder was ist das da nein nur rohre schade ah wie viel man übersieht in der dunkelheit gab es ein oben hier moment das war das arbeitszimmer das war das bad zurück werden wir es kaum mehr schaffen an diesem tag und hier war das schlafzimmer ja das sieht zwar mir erst gern waffenhalter aus aber nachdem ich das mit dem fisch gesehen habe war es wahrscheinlich dann doch nur ein fisch der daran hängt ja aber wenn das hier offenbar ein angler war wort er seine andere und ein jäger vielleicht wort er seinen schießgewehr ach so ich dachte schon das wäre jetzt ein ein gewehr hier da das ist dann wohl doch ein gewehrhalter oder sowas gewesen er sie oder sie er wird er nicht in den kamin gelegt haben also essen werden wir essen werden wir herstellen können wir können uns einen stuhl vielleicht ja auseinander nehmen schlafen können wir hier okay so langsam ist es dann vorbei auch interessant hier oben wo alles offen vielleicht wenn wir das brett da nehmen das beil ist sogar noch richtig gut man hätte ja sein können wenn wir das nehmen dass das brett da oben dass wir dann richtig viel finden da oben noch ja die hatten hier aber wenigstens eine stelle anlage schon mal sollen wir jetzt schon vorher anmachen moment wie spät ist denn das das ist aber noch früh medikamente haben wir gar nicht genommen haben wir doch bestimmt auch so ein hagebuttentee können wir bestimmt herstellen ach den können wir hier aufheizen ja das ist gut ja dann machen wir doch mal vorher wasser für den rückweg müssen wir das abkochen oh haben wir überhaupt ja ich glaube wir haben einen kochtopf gefunden ach du schaffst das schon wenn nicht hier ist ja genug holz überall ja wenn hier böse männer rumlaufen durch irgendwelche tunnel dann sollten wir ja vielleicht doch lieber nachts das ja entfachen das feuer sonst werden sie aufmerksam auf uns aber wir haben einen beil das haben die wahrscheinlich nicht gut kaputte fackel vielleicht können wir sie noch reparieren irgendwie naja so viele stunden werden wir kein feuer hier brauchen aber mal sehen jetzt kommt wir haben gar keinen topf doch wir haben sogar zwei töpfe verschiedene blech dosen ach so was ist ja schön dann als erstes hier wasser ohne ende zu bereiten zwei liter genau im anderen auch und bei tageslicht sieht man das sogar schön hier auch wasser rein und wasser hat geboten t und kräutertee ach zeh spitzenpiersiche na warum brauchen wir das jetzt sieht man nicht wie viel hunger haben wir denn fünf stunden verbleiben hier wie viel hunger haben wir hunger 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 nicht ganz so viel wichtig ist hier diese hagelbuddentee also 16 minuten dann können wir in der zeit doch schon mal den karton auseinander nehmen 20 minuten dauert das ganze dann ist er fertig so bereit zum trinken schön feels like a lot of gear ja dann was packen wir hier drauf noch kräutertee oder doch die fiersiche ich bin fast für mehr schnee ach wo so ein kräutertee kann auch nicht schaden so eine schöne tasse oder moment mal die fiersiche die gehen ja fast kaputt hier ach komm wie lange dauert das dann was ist hier passiert nichts drin so 24 minuten 25 minuten alles gut dann sage ich mal der stuhl eine stunde oh das dauert ein bisschen zu lange karton haben wir nicht eine kiste irgendwo naja nicht so eine olle kiste ich meine oh wie konnten wir das denn übersehen regal eine stunde und 30 minuten nein 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 oh gott ja essen bitte einmal was warmes schön ja die dosen sind natürlich leer jetzt und vier minuten ach so die nehmen wir so mal meine ich dann schmelzen wir hier lieber noch ein bisschen tee äh wasser meine ich schnee hört sich fast genauso an so wie lange braucht er hier hinten noch 51 minuten bis zum siedepunkt ok 18 minuten bis zum schmelzpunkt also müssen wir noch mal was finden was wir zerlegen können so für 20 minuten ungefähr 9 minuten geht auch erstmal und im besen irgendwo stand ein besen vier minuten noch fünf minuten ok wie lange dauert acht minuten in klein zu hacken ja gut dann suchen wir uns noch so einen karton das kann ja nicht neun minuten ok nicht trinkbar nanu was machen wir denn mit den ganzen kartons und so hab ich noch gar nicht geguckt was man aus kartons und sowas machen kann wo haben wir die denn haben wir ohne ende papier jetzt oder so ich dachte zum verbrennen aber wir sind keine kartons zehn minuten brauchen wir noch neun minuten auch schön neun minuten auch schön trinkwasser jaja keine sorge wir machen hier noch mehr wasser wir machen hier noch mehr wasser und wofür so viel wasser frage ich mich jetzt gerade ach für kräutertee so für den abend so eine tomatensuppe 25 minuten das ist gut die anderen brauchen aber nur 14 minuten die jawohl habe ich mir so gedacht dachte ich mir dass wir das hier lassen oh wir haben ja ach wir haben ja noch andere sachen hätten wir jetzt gar nicht machen müssen die dosen können wir jetzt eigentlich sogar hier stehen lassen die töpfe möchte ich gerne mitnehmen sechs minuten fünf minuten da finden wir doch bestimmt irgendwas kleines hier neun minuten das ist ja immer noch hell draußen was ist denn heute los doch immer noch zwölf minuten alles so eine stunde nein 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 das dauert zu lange so lange so ein karton hier da ist bestimmt holz mit drin so 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 vier stunden noch und 27 minuten bis zum schmelzpunkt ja schnee rein überall das tun wir alles hier rein dann haben wir hier so ein wasserlager aber wir werden sowieso so schnell nicht wieder hierher kommen glaube ich das würde sinn machen wenn man glaube ich in dieser offenen welt geschichte spielt dass man sich überall so lager anlegt da muss das sein vielleicht sollten wir rüber und noch einfach ein paar fackeln bauen aber das hat den wolf ja nicht wirklich so beeindruckt aber moment wir gehen erstmal gucken wie weit unser essen ist nicht trinkbar nicht trinkbar nicht trinkbar nicht trinkbar und nicht trinkbar so langsam wird es nacht wir riskieren mal einen blick nach draußen glaube ich aber zur scheune die ist aber so weit weg eine fackel möchte ich gerne noch machen oder haben wir die ganze nacht etwa gekocht ach da ist ja wieder ein wolf na gut dann war es das für mich auch ein ausgehungerter wie es aussieht ja aber der sieht uns doch gar nicht und riechen könnte glaube ich nicht da hinten ist aber noch ein gebäude gar nicht dauert zu lange die fackel herstellen ach so zubereite glänzende lackporlinge die müssen wir zubereiten wie lange dauert das dann 15 minuten auch aber ich wollte eine fackel sonst verkocht nämlich das wasser da draußen verband was brauchen wir dafür hier brauchen wir nur ein stoff aber das können wir doch auch so oder brauchen wir doch keine werkbank für naja es wird schon dunkel wird können wir kein licht aufstellen die dosen sind natürlich leer aber das wasser braucht noch 30 minuten ein licht hatten sie hier nicht eine stunde und 30 minuten was braucht es zum schmelzen noch so lange oder bis zum siedepunkt ja dann 11 minuten i need to find a place to rest kein problem kein problem ach passt doch halbe stunde ist das wasser fertig und wir können schlafen gehen ich kann nicht ich kann das nicht genau Genau. Ich glaube, so zwei Liter sollten wir schon mitnehmen. Und wie lange bleibt das? Oh, vier Stunden noch. Oh. Ah, das ist aber übertrieben. Was wollen wir denn mit so viel Wasser dann? Den Wolf baden. Irgendwann werden wir uns freuen. Eine Stunde 15 noch. Ach so, sollen wir uns nicht abends so was leckeres machen? Warum ist die geöffnet hier? Erhitzen. 25 Minuten. 16 Minuten. Okay. 25 Minuten brauchen wir nur. Kleiner Hocker. 30 Minuten. Passt. Trinkwasserfertig. Ich kann gar nicht mit so viel Gier gehen. Tomatensuppe. Ja, 300. Ja, das kannst du schon mal mitnehmen auch. Ach so, Moment, das haben wir geöffnet. Und dann, das essen wir lieber sofort. Dann sonst müssen wir das demnächst noch mal heiß machen. Ja. Das passt schon. Ach, wir haben wieder so viel eingesammelt. Die Handschuhe dachte ich jetzt, dass die eigentlich besser sind. Aber das müssen wir uns ja hier angucken. Nein, hier auch nicht. Ach, wir haben gar keine Handschuhe an. Wie kommt das denn? Wo sind denn unsere Handschuhe geblieben? Getragene Arbeitshandschuhe. Ach so, schwere Lederhandschuhe zum Schutz der Hände bei der Arbeit. Leider nicht darauf ausgelegt, warm zu halten. Aha. Warum geht nicht? Sind die kaputt? Ach so, anziehen. Ach, getragene Wollfäustlinge. Ich frage mich, wo unsere Handschuhe geblieben sind. Vielleicht sind sie kaputt gegangen. Der Wolf hat sie zerfetzt vielleicht. Fäustlinge aus Wolle. Made verstärkter Innenseite. Halten die Finger wohlig warm. Wie sieht's da mit den anderen Kleidungsstücken aus? Ich hoffe gut. Das hilft aber gegen die Kälte. Nein, der Zustand ist besser hier bei den anderen Sachen. Okay. Moment. Echt? So gut ist diese Kapuzengeschichte hier. Im Allgemeinen alles ist besser bei der Winterjacke aus synthetischem Material. Winddicht, aber nicht gut isoliert. Trotzdem besser als unsere. Außerdem, unsere haben wir schon so lange an. Die müsste mal gewaschen werden. Ja, da haben wir glaube ich schon das Beste an. Oder? Ja, wie es aussieht schon. Hier könnten wir vielleicht noch was besseres anfinden. Wärmend. Okay, aber Wind ist nicht so gut. So ein Hemd wärmt sogar auch hier. Ja, also ich hab diese Armee-Hemden. Und ich muss sagen, die sind super. Die kann man im Winter tragen. Die wärmen, die halten auch den Wind gut ab. Und im Sommer kann man die auch tragen. Ist auch nicht zu warm oder so. Also eigentlich kann man die immer tragen. Mehr braucht man eigentlich gar nicht. Seltsam. Warum ist denn das hier das Hemd so gut gegen Wind? Hier. Na, wir bleiben mal dabei. Haben wir irgendeine neue Hose? Nein. Hier auch nichts. Socken vielleicht. Weitere Socken. Oh ja, das sieht gut aus. Oh ja, das sieht gut aus. Hm. Hm. Die sehen mir doch ganz gut aus. Ein bisschen schwer vielleicht. So, dann sind wir hier mit den Kleidungssachen durch. Oh, 50 Minuten noch. Brauchen wir die Dosen eigentlich bei uns? Ach so, wir sind total überladen. Das wird aber noch besser. Wir bräuchten... Hier bräuchten wir Hagebuttentee eigentlich. Wenn da Wölfe sind, meine ich, dann wäre das bestimmt sinnvoll, wenn wir sowas hier lagern. Aber dann stelle ich mir doch die Frage, kommen wir denn je wieder hierher? Holz? Ich glaube nicht, dass wir je wieder hierher kommen. Oh, Moment. Oh, Moment. Stöcke behalten wir. Da machen wir Fackeln draus demnächst. Ja, was haben wir denn noch, was so schwer ist hier? Was ist das denn? Ach, kaputte Fleece-Fäustlinge. Da, die können wir doch auseinander nehmen, bestimmt. Eine kaputte Fackel. Ach, und endlich haben wir den Metallschrott-Splitter doch kaputt gekriegt. Huch, der ist gleich weg. Ja. Ich dachte, den könnten wir gar nicht weglegen oder irgendwas. Drei recycelte Dosen, das sollte reichen. Ich glaube, bei der netten alten Dame haben wir auch noch welche. Und warum haben wir nur ein Brecheisen eigentlich? Ich dachte, wir hätten auch schon zwei mittlerweile. 30, 0,30 Kilo Sonnefackel, ich wollte schon sagen. Kam mir dann doch etwas schwer vor. Hagebutten, haben wir doch hier. Ich werde jetzt stärker werden. Wasser unsicher? Warum das denn? Wasser, von dem du krank werden kannst? Ach so. Warum? Weil es noch nicht lange genug da drauf steht. 20 Minuten brauchen wir noch. Da könnten wir noch einen Karton zum Beispiel auseinander nehmen. So was kleines. Acht Minuten zum Beispiel. Ach so, benötigt Licht zum zerlegen mit einem Werkzeug. Natürlich. Wo ist unser Licht? Ach, jetzt sind die Stoffdinger, wenn die kaputt sind, auch verloren, weil wir ja unseren Metallsplitter nicht mehr haben aus dem Flugzeug. Aber so einen Karton können wir doch auch ohne. Ja. Ja. Ich bin kind of thirsty. Wasser. Na, das reicht jetzt aber auch wirklich. Das reicht jetzt aber auch wirklich an Wasser, finde ich. Das werden wir hier nie brauchen. Oder bis wir wieder da sind. Ach, mehr kann man gar nicht hier reinfüllen. Behälter ist voll. Wir sind aber auch viel zu schwer. Was haben wir denn so schweres an uns? Moment mal. Kleidungsstücke kann ich mir eigentlich nur vorstellen. Keine Bügelsäge gefunden hier. Dann werden wir noch was essen vor dem Schlafen gehen. Wir sind aber trotzdem überladen. Womit? Mit Wasser. Drei Liter Wasser ist zu viel. Ich denke mal Stoff und wir können nichts mehr auseinandernehmen, oder? Doch, das geht noch. Zerlegen. Dauert? Zehn Minuten. Egal. Hat jetzt aber auch nichts gebracht. Ich frage mich aber dennoch, was gerade so schwer ist. Ach, die Schuhe. Ja, Schuhe und so sind doch noch ganz schön schwer. So, dann essen wir lecker Fisch und gehen schlafen. Und trinken noch leckert. Aha, vielleicht müssen wir Holz zurücklassen, oder so was. Von den anderen Sachen, ich weiß ja nicht. Möchte ich mich ungern trennen? Alles zu der alten Frau bringen. Und da kriegen wir vielleicht noch eine Suppe, aber... Och, wir sind ja über der Zeit schon lange. Hier habe ich gar nicht drauf geachtet. Dann, liebe Welt da draußen, werden wir aufstehen am nächsten Morgen. In der nächsten Folge wahrscheinlich werden wir... Ja doch, wir sehen es noch. Genau, da sind wir. Also, ein bisschen was essen können wir noch. Ich bedanke mich aber schon an dieser Stelle jetzt für euer Zusehen, für eure Kommentare und... Und für eure Likes. Lieben Dank dafür. Daumen hoch für euch. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye. Bye. Vielen Dank.